Auf Hutz gab es überall schmierigen Dreck. Auf Mutz war nur Schleim. Man kam nicht vom Fleck. Oh! 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 Oh, wir brauchen doch nur ne Angelschnur. Oh. Uh. Oh. 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 Das ist ja Superwurm. Die Angelschnur. Zwischen Gräsern hinter Hecken singen Käfer, Bienen, Schnecken, glücklich wie noch nie zuvor, mit den Kröten laut im Chor. Dieser Wurm mit Superkraft ist ein Held, der alles schafft. Superwurm, der Superheld! Juhu! Ist der tollste Wurm der Welt! Nichts kann ihn umhauen, nicht mal ein Sturm! Hip, hip, hurra für... Für Superwurm! 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 Oh! Huh? Und ist das? Der Weihnachtsmann war da. Stockmann lebt zu Hause im Glück mit seiner Frau und den Kindern, drei Stück. Der Weihnachtsmann war da. 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 Der Schnee stürmt wild und kalt wie der Wind. Ich hab keine Angst. Sag das Grüffelow-Kind. Der Weihnachtsmann war da. 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 sagte sie.